hallo liebe freunde willkommen zu einer neuen folge an die der bastler in der heutigen folge baue ich mir ein streichmaß aus resten wie ich das mache was ich da genau einsetze werdet ihr in den folgenden minuten sehen also legen wir los so wie viel ich davon abschneiden werde ich denke mal so nach gefühl ich gehe jetzt mal nach bauchgefühl genau für solche zwecke wäre das jetzt optimal so ein streichmaß so ich setze mal da meine markierung hin mit dem winkel machen wir uns hier ein strich ich hab doch die leute haben mir etwas neues gekauft und zwar hier von wolf kraft habe ich mir so ein winkel ja so ein 3d winkel nennt sich das das ist cool wenn man die linie angesetzt hat das fällt mir gerade erst ein von hier nach da übertragen ohne versatz so das ist richtig cool das ist richtig cool so das ist unser klotz das ist unser rundstab der hat 10 mm durchmesser logischerweise nehmen wir jetzt in zehn millimeter bohrer allerdings müssen wir gucken wo wir die bohrung hin machen ich habe mir jetzt hier mal so ein abstand von 20 mm angezeichnet so und davon müssen wir natürlich natürlich die mitte herausfinden das wären bei 60 gesamtbreite wäre das jetzt 30 logischerweise sauber so nachdem wir die bohrung gemacht haben testen wir das ganze jetzt mal wir schieben den rundstab da rein das sitzt ordentlich das passt genau so jetzt muss das von oben natürlich mit einer feststellschraube festgezogen werden dafür müssen wir hier eine bohrung von oben genauso also mittig machen die schraube die hat einen durchmesser von 5 mm m5er und werden dann eine 5 mm bohrung machen setzen wir mal ein so falls ihr so einen tiefenstopp an eurer tisch baumaschine habt dann würde ich das auch nutzen in dem fall nur bis zur bohrung die wir gemacht haben und nicht weiter wäre jetzt nicht schlimm aber mach das jetzt so damit das genau ist so damit wir nachher auch fest ziehen können brauchen wir ja ein gewinde dafür habe ich mir hier diese gewinde muffen geholt die kann man da schön rein drehen ich würde jetzt erst mal eine 7,5 mm bohrung rein machen für die muffe für den flachen kopf hier würde ich da auch noch im bohrer nehmen 9,5 mm so um diese gewinde muffe gerade rein drehen zu können nehme ich mir hier so ein imbus und steckt das jetzt hier macht das hier gerade an meiner zichtbaumaschine fest das werden wir jetzt leicht langsam rein drehen wir drücken den bohrer runter und drehen so die muffe ist drin das muss ich nachher schön plan schleifen das wird alles noch gemacht jetzt gehen wir einfach mal hier hin schieben hier den stab durch und wenn das natürlich noch fertig ist es ist ja noch nicht fertig dann würden wir quasi die schraube da rein drehen jetzt müssen wir natürlich gucken wie viel wir von der schraube absägen müssten 14 mm unten lasse ich noch ein bisschen luft damit wir so ein bisschen pressen können wir haben hier zwei muttern eigentlich damit das ganze nicht wackelt das gute an der sache ist wenn wir jetzt die mutter hier raus drehen dann hat sich das auch leicht entgratet und somit ist das gewinde wieder an den kanten sauber wir wollen jetzt hier die schraube hier rein kleben das verwende ich in letzter zeit wirklich sehr oft ich glaube ich müsste mir auch langsam wieder mal was neues bestellen so das ist natürlich jetzt viel habe es natürlich direkt übertrieben so dann drehen wir hier schön rein das ist dann oben bündig ist das lasse ich jetzt erstmal so 30 minuten von mir aus auch eine stunde trocknen damit wir uns sicher sind dass es fest ist jetzt mache ich erstmal eine pause trinke erstmal tee und dann sehen wir uns gleich wieder so während der kleber aushärtet kümmern wir uns um den schliff auf jeden fall an drehenden maschinen wissen ja viele von euch keine handschuhe tragen auch wenn die hände jetzt so aussehen ist es nicht schlimm und nicht zu viel druck druck ausüben damit ihr euch da nicht verfängt also es ist schon da müsst ihr wirklich vorsichtig sein so jetzt schieben wir hier unseren stab rein und drehen wir das teil die schraube das teil drehen wir die feststellschraube da rein so es bewegt sich nichts es ist fest man muss das jetzt nicht bombenfest drehen sondern einfach nur dass sich das dass sich der stab drin fest befindet jetzt müssen wir natürlich mittig in den stab ein loch rein bohren wie machen wir das zeige ich euch so wir haben jetzt ein bisschen rest holz schön plan fahren jetzt mal das säeblatt runter und zwar ein bisschen so die hälfte oder ein ticken mehr als die hälfte schwenken das blatt jetzt auf 45 grad haben wir das gemacht drehen wir jetzt die platte einmal um das reicht auf jeden fall auch wenn wir jetzt hier ein fehl schnitt haben das ist noch stabil genug um das und den stabler einzulegen so und jetzt legen wir uns hier das brett mit dem stab zusammen positionieren jetzt das ganze so jetzt habe ich hier den alten kaputten bohrer genommen vorne abgesägt und werde das jetzt spitz schleifen oder feilen so jetzt spitz so 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 jetzt kommt die spitze und werde ich das erstmal hier festziehen und kerben rein sägen dann hat das nämlich da kann der kleber nämlich in diese kleinen kerben rein und kann dort hat es auf jeden fall mehr mehr halt sagen wir mal so so 1 2 3 3 stück sollen reichen nehmen wir was spitzes es ist schon zu viel hier noch was dran dann diese kerben die ich da eingesägt habe werden dann quasi mit epoxid gefüllt ich brauche ein bisschen papier jetzt lassen wir das auch wieder mal eine stunde trocknen und dann sehen wir uns gleich wieder jetzt nehme ich einfach mal jetzt habe ich ein bisschen die Arbeitsplattenöl vom schwedischen Möbel Einrichtungshaus ja weil so viele danach fragen schaut euch mal die Maserung an das ist so pervers das ist geil ich halte da mein finger drunter dass das öl reinlaufen das lasse ich jetzt aber auch paar minuten einziehen super super sieht das nicht gut aus heute schreibt mir bitte in die kommentare wie es euch gefällt so im großen und ganzen aus einfachen zeugs was man da liegen hat jetzt wenn wir das teil auch mal testen so ich habe hier mal ein test stück vorbereitet so und dann setzen wir das hier an die kante an wirklich an die kante und dann ziehen wir das ganze durch so hat man dann eine gerade saubere linie ansetzen und ziehen so ihr lieben ich bin glücklich dass ich wieder mal neues werkzeug habe was mir selber gebaut habe ja das holz das holz sieht wirklich sehr sehr schön aus die maserung auch dass es so schön glatt geworden ist mit dem öl perfekt mir gefällt das super alles ist schön leichtgängig also da klemmt nichts man zieht hier die schraube fest man muss es auch nicht die bomben festziehen die spitze die sitzt und ja im großen ganzen sind es drei vier teile die man miteinander verbunden hat und so funktioniert eben ein streichmaß es glänzt schön es sieht wunderbar aus ich hoffe es hat auch euch gefallen liebe freunde wenn ja ihr wisst was zu tun ist daumen hoch wenn man kanal noch nicht abonniert hat kann es gerne jetzt tun kostenlos natürlich und hoffe dass wir nächste woche uns noch sehen wenn nicht wünsche ich euch auf jeden fall schöne weihnachtstage schöne feiertage habt einen guten rutsch ins neue jahr bleibt gesund macht's gut leute bis dann tschüss